Letzte Folge erst Bombe und jetzt wieder Bombe und damit toll oder seitz und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wolltest du nicht eigentlich Spassners spielen? Du hast den Maverick umrekrutiert, oder? Du hast den Maverick, oder? Du hast den Maverick, oder? Du schaffst das. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Der Weihnachtsbäckerei ist niemand. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Hä? Ach, oh, okay, gut getan. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ah, da schießt schon jemand auf den Teamkollegen. Ich mach doch lieber mal die Kamera kaputt, ehe ich keine Schockdrohne mehr habe. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Entschärfer wurde zurückgeholt. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Mann, Leute. Entschärfer ist jetzt gesichert. Oh, Kapkan. Da suche ich mal Kapkan-Win. Oh, so ein Lärm. Da hockt wer. Rot markiert ist Doc. Ach, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Ich schieße in seine Richtung, aber nein. Ich darf nicht treffen, aber er darf. Ist klar, Mann. Wichse. Nein. Ja, Alter, ist klar. Ja, Alter, ist klar. Einsatz einer Sprengladung. Was ist oben? okay okay ist ja auch in der nähe was das blöpf was das beim angeschossen nächste joker drin ist hier toll ist doch gerade hier auch geflitzt nur noch ein gegner übrig der hat die ruhe weg ich dachte jetzt markiert er nicht mehr jetzt könnte vielleicht gerade selbst aktiv werden toll hä so geht das hier nicht jetzt 15 sekunden übrig 10 sekunden gegner neutralisiert eigener druck erfolgreich endlich mal wieder p90 ich ich Die Bomben schützen. Zeit für einen wirklichen Schuss. Jetzt hat der schon auf seinem Kamera. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Mist. Achtung, die Gegner haben eine Bombe. Zehn Sekunden noch. Fünf Sekunden noch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ah, hinten beim Lieferanteneingang sind sie. In diesem Bereich ist ein AVS aktiv. Ich kenn mehr. Nicht in Schubflinie des AVS gerannt. Jäger ist raus. Am Küchenfenster klopfen sie. Oh, Glässe haben sie auch. Oh, wie ist das? Oh, gut. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, nein. Oh, so ist das? Oh, was ist das? Oh, warte. Oh. splittergranaten haben sie auch es haben sie auch vor der bäckereitür es ist weg träger aufgehalten liegt direkt rechts an der tür beim nächsten träger den schärfer wir hätten gerade aufgenommen rauchglässe wird ankommen mir ist es nicht nur geblendet wer lauscht denn da an der wand ich bin und 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 Hey, Ubisoft hat jemanden wieder nachgeschickt. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Na, ich glaube, die sind ja auf dem ersten Stockwerk. Beim Lokzimmer können sie wieder sein. Auf jeden Fall sind die schon ziemlich laut. Oh, die sind direkt darüber. Dann direkt darüber bei der Bar. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Gab es brauche. Hm, die hat hier gerade bestimmt an der Treppe rumgestopft. Diesmal kein Fallensteller à la Kapkan. Oh, Fenster ist offen. Okay, ein Schnellsterrand. Ja, wie denn? Das ist doch nicht dein Ernst. Nein. Ja, er trifft doch noch nicht mal. Was soll denn diese Scheiße? Oh, es ist nicht dein Ernst, ey. Tch. Oh, nee. Na, jetzt steht den Störsender. Was fahr ich denn schon wieder hin? Nein. 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 Okay. Ah, von unten. Nicht länger in deinem Besitz. Puh, Krebschraub. Das wurde confused da. Entschärfer wurde erneut gesichert. Drohne aktiviert. Feinde gesichtet. Feindersnutz! Entschärfer muss zurückgeholt werden. Halbe Energie. Eigener Trupp getötet. Da haben sie wieder welche lieb. Geil. 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 Zehn Sekunden. Fünf Sekunden. bombe vom gegner entdeckt weihnachts hier hinten wieder am lieferanten eingang wieder haben sie glas das ist eine cup camino ok und die bahnen haben sie auch zwei mal gleich sind hier vorne noch die große tue habe ich im blick wir schießen die ganze zeit herz schlagmann der lebt immer noch den auch noch ok nur noch ein gegner im bricht weißt du wer es war der mieter ok dann haben wir noch glas träger aufgehalten also der ist hier was wo denn oh kühlraum wo ist denn der andere da hinten beim kühlraum wo sitzt der denn bitte kühlraum kopfhörer ist sehr laut jetzt bitte nicht rumschreien kein spiegelbild ich dachte der eine von uns sitzt da im kühlraum alter ich glaube der war bei der treppe dann letztendlich aber der dann ja auch sehen müssen auf jeden fall war er weit weit weg er saß genau so dass er eigentlich im kühlraum wäre kann ich mir auch nicht ausmalen wo der war der störste man ich habe ja nochmal zwischendurch geschaut wer da hinten noch wo genau ist ja und da ist er dann irgendwann gestorben und bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss tschüss und bis zum nächsten mal